Hey, guten Tag! Ich heiße Anna und heute erzähle ich über die besten Buchmacher Deutschlands. In der heutigen Welt entwickelt sich die Industrie von Online-Wetten sehr aktiv. Aus dem Wunsch heraus, Geld leicht zu verdienen, registrieren sich immer mehr Menschen auf den Webseiten von verschiedenen Buchmachern. Aber jetzt gibt es wirklich viele Online-Buchmacher und es kann ziemlich schwierig sein, einen besten für dich zu wählen. Um unseren Nutzern zu helfen, sich besser zurechtzufinden, haben wir einen kurzen Überblick über die besten Buchmacher Deutschlands vorbereitet. Bet365 Bet365 ist ein englischer Buchmacher und gehört zu den besten Sportbettenanbietern in der Welt. Auf der Webseite von diesem Buchmacher findest du Einzahlungsbonus bis zu 100 Euro, freundlichen und schnellen Support und auch 12 verschiedene Möglichkeiten, Geld einzuzahlen und zurückzuzahlen. Tipico Ein großer Plus von diesem Buchmacher ist die Tatsache, dass er unter der mutuellen deutschen Sportbettenlizenz arbeitet. Außerdem bietet Tipico Einzahlungsbonus in Höhe von 100 Euro und akzeptiert 10 verschiedene Zahlungsmethoden. 1xBet 1xBet ist ein russischer Buchmacher, der unter der Curaçao-Lizenz arbeitet. Bei 1xBet findest du nicht nur klassische Wettanbietern, sondern auch E-Sportwetten, Livewetten, verschiedene Glücksspiele und sogar Online-Casino. Einzahlungsbonus bis zu 100 Euro, gute Quoten und Wetten mehr als auf 20 verschiedenen Sportarten findest du auch auf der Webseite von 1xBet. Interwetten 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 ist ein offizieller Sponsor von mehreren Sportbereien. Diese Seite arbeitet unter der offiziellen deutschen Sportbettenlizenz. Neukundenbonus bis zu 150 Euro, benutzerfreundliche Mobile-App und schnellen Support findest du auf der Webseite von Interwetten. Betedhome.com Betedhome.com ist ein deutscher Buchmacher, der an der Frankfurter Börse gelistet wird. Betedhome.com akzeptiert 13 verschiedene Zahlungsmethoden und bietet den neuen Kunden einen Bonus in Höhe von 100 Euro. Unibet Unibet ist ein großer Buchmacher. Er wurde schon im Jahre 1997 auf Malta gegründet und bietet jetzt seinen Kunden verschiedene Wetten, Live-Wetten, Online-Casino und sogar andere Gruppspiele. Bei Unibet gibt es nicht nur Neukundenbonus bis zu 100 Euro, sondern auch ein Gratis-Wett in Höhe von 5 Euro. Betfair.com Die Webseite von Betfair ist wirklich benutzerfreundlich mit vielen verschiedenen Anweisungen und Tutorials für den neuen Kunden. Auf der Webseite kann man acht verschiedene Zahlungsmethoden benutzen. Ein großes Vorteil ist auch eine gute Mobile-App für AIS. Bei Betfair gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Sport- und Leitfällen und auch einen Zahlungsbonus in Höhe von 100 Euro. Bivin Bivin ist einer der größten Buchmacher der Welt. Er wurde schon 1997 in Wien gegründet. Bivin ist ein offizieller Partner der führenden europäischen Sportverbände. Bivin bietet den neuen Kunden einen Zahlungsbonus in Höhe von 100 Euro. Gute Quoten, verschiedene Live-Wetten und sieben Zahlungsmethoden sind auch ein Teil von Bivin. Bet3000 Bet3000 ist ein großer Buchmacher, der unter der offiziellen Lizenz arbeitet. Die Webseite von Bet3000 ist benutzerfreundlich und Support ist schnell und aktiv. Bet3000 akzeptiert sieben verschiedene Zahlungsmethoden. Umfangreiches Wettenangebot, Cashout-Option und ein Zahlungsbonus in Höhe von 100 Euro gibt es hier auch. Wetten.com Auf der Webseite von Wetten.com kannst du Wetten mehr als auf 30 verschiedene Sportarten finden. Die Webseite ist sehr gut gemacht, man kann sich leicht zurechtfinden. Bei Wetten.com gibt es 9 verschiedene Möglichkeiten, Geld einzuzahlen und zurückzuziehen. Ein Zahlungsbonus in Höhe von 120 Euro und andere wöchentliche Bonus ziehen auch neue Kunden an. Das wäre leider alles für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn dieses Video euch gefallen hat oder wenn ihr euch etwas Neues ansehen wollt, vergesst ihr nicht, mich in sozialen Netzwerken abonnieren. Links findet ihr unten.